Ich weiß, dass ihr alle morgens vor eurer Arbeit, vor eurem Alltag, absolut keine Zeit habt, ein komplettes Full-Face-Make-up zu machen. Und deswegen haben wir uns heute hier versammelt, damit ich euch zeige, wie ihr innerhalb von maximal 5 Minuten das meiste rausholen könnt und euch wohlfühlen könnt. Denn für mich persönlich ist es zumindest so, dass ich mich mit Make-up, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, sehr, sehr viel wohler fühle. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das Ganze einmal zusammen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute so ein bisschen Tutorial-lastig, aber auch so ein bisschen Fokus auf ein paar Produkte, die ich für den Alltag sehr, sehr gerne benutze. Ihr wisst es, mein Steckenpferd ist also ein günstiges Make-up in der Drogerie für euch zu finden, mit dem ihr ein wirklich schönes Ergebnis habt. Produkte auszugeben, sondern wir wissen, die Drogerie ist gut. Wir wissen, die Drogerie hat es mittlerweile drauf. Und ich lese es ganz, ganz oft bei TikTok, dass viele sagen, hey, ich war immer totaler Verfechter von High-End-Make-up. Aber mittlerweile weiß ich einfach, dass es in der Drogerie genauso gute Produkte gibt. Und dafür habe ich heute ein paar Schätzchen für euch. Gerade kam eine Wetterwarnung. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und... Warnung vor extremer Hitze. Passt gut zum heutigen Tag. Heute wird es sehr, 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 sehr warm. Deswegen ist vielleicht auch so eine kleine Make-up-Runde vielleicht gar nicht so schlecht. Wir starten direkt. Ich habe meinen Skincare und meinen Sonnenschutz schon aufgetragen. Das zähle ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit dazu. Fünf Minuten. Ich stelle jetzt auch nicht die Zeit. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ein bisschen Make-up, ein bisschen Farbe im Gesicht, ein bisschen, dass man sich wohlfühlt. Und wir starten auch direkt mit zwei Produkten. Einmal dem Skin Optimizer von Rival Loves Me und dem Soft Glam Filter Fluid von Catrice. Ihr könnt das natürlich weglassen, wenn ihr eher ein Mattes Finish wollt. Ich mag es natürlich immer sehr glowy. Was ich mache, ich nehme den Filter, also diesen Soft Glam Filter, gebe mir zwei, drei Kleckse auf die Hand und nehme den Skin Optimizer Concealer und mische das zusammen. Der Skin Optimizer Concealer ist sehr, 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 sehr deckend. Deswegen nehme ich den so ein bisschen als Foundation-Ersatz. Und der Soft Glam Filter gibt mir diesen Glow. Der Skin Optimizer ist sehr matt, deswegen nehme ich davon etwas weniger. Ich nehme den Pinsel von Crash Cosmetics, mische mir das einmal hier so ein bisschen zusammen und streife es dann auch wieder ab, dass ich nicht so viel am Pinsel habe. Ihr könnt natürlich auch eine Mischplatte nehmen. Und jetzt nehme ich den Pinsel und starte direkt einfach hier um meine Nase und arbeite mir alles ganz schnell rum. Was natürlich noch schneller geht, ist, wenn ihr eure Hände benutzt. Das funktioniert bei mir tatsächlich nicht so gut, weil ich einfach einen Bart habe und dann sehr, sehr viel Foundation im Bart habe. Jetzt kriege ich immer die Frage, wie machst du das mit dem Bart? Ja, ich gehe einfach nicht über den Bart und arbeite mir das Ganze ein. Die Deckkraft reicht völlig aus. Wir haben nicht zu viel im Gesicht und haben einfach so ein kleines bisschen Deckkraft. Ihr seht es zum Beispiel hier, hatte ich ja letzte Woche einen Besucher, der, es war wild, aber ich habe, ich weiß nicht, das ist... Ich kann ja sagen, wie ich ihn wegbekommen habe. Ich habe so eine Zugsalbe, Ichthiolan oder so, der habe ich rauf gemacht eine Nacht mit einem Flasser drauf, einen schwarzen Kopfkissenbezug, geschlafen, am nächsten Tag war der Pickel flach, nicht mehr entzündet, tat nicht mehr weh. Genial. Und dann nehme ich erst einen Schwamm. Wenn ihr die Möglichkeit habt und daran denkt, macht den Schwamm am Abend vorher sauber, also abends, wenn ihr eure Skinkerotine macht, habe ich es mittlerweile bei mir auch so eingebürgert, dass ich den Schwamm nehme, den sauber mache und dann bis zum nächsten Morgen, wenn ich mich wieder schminke, so ein bisschen antrocknen lasse, dann ist er nicht ganz so nass und nicht ganz so glipschig. Und ich finde, dann kann ich ihn am besten benutzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn er zu trocken ist, dann funktioniert es auch nicht. Ganz trocken kann ich damit auch nicht arbeiten, aber wenn er zu nass ist, dann finde ich, nimmt er zu viel von der Foundation weg. Und so habe ich schon mal eine schöne, ausgeglichene Haut. Das reicht tatsächlich auch schon. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen mehr machen, muss aber meiner Meinung nach gar nicht sein. Damit es super, super schnell geht, habe ich den hier recht neu entdeckt und ich finde, der ist echt genial. Das ist der Contouring-Stick. Ihr habt einmal eine helle Seite, da mache ich einmal so, hier außen, da, ein bisschen auf der Nase und mit der Contour-Seite ein bisschen hier, ein bisschen um die Nase. Und das reicht. Ich finde, wir haben oft so ein bisschen durch diese ganzen YouTube-Tutorials von allen Creatorinnen und Creatern gelernt, dass es super, super viel sein muss. Für mich reicht das aber, wenn ich so ein bisschen so ein 2-in-1-Produkt habe und das ist, ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich das im Drogerie-Bereich einfach super schön habe. Einfach um, für mich ist es wichtig, dass ich mit den Produkten, die ich benutze, schnell effizient Ergebnisse erzielen kann. Und das kann ich halt mit einem Produkt, wie so einem Contouring-Stick mit einem Highlighter-Stick, der keinen Schimmer mit drin hat. Ich blende das einfach alles aus und habe direkt ein bisschen mehr Form im Gesicht. Ich habe ganz viele Kommentare von euch gelesen, dass euch das neue Licht gut gefallen hat. Deswegen habe ich es jetzt nicht hier stehen, sondern da hinten mit ein bisschen Abstand. Schreibt mir dazu gerne nochmal eure Meinung. Ich weiß nicht, mir gefällt es noch nicht ganz so, aber ihr seid der Chef. Wenn es euch gefällt, go for it. Dadurch, dass ich diesen Stick jetzt benutzt habe, habe ich natürlich auch gleich schon so ein bisschen Bronzer im Gesicht. Der ist in der Farbe 02 Medium. Die ist ein bisschen wärmer als die 01. Und eignet sich dafür also perfekt, auch um gleich diesen 2 in 1 Schritt zu machen. Üblicherweise sage ich immer, benutzt bitte ein Contouring-Produkt, um den Schatten zu erzeugen und einen Bronzer, um Wärme zu erzeugen. Habe ich jetzt morgens ehrlich gesagt gar keinen Bock und das reicht. Ich will nicht mehr viel auf der Base machen. Was ich immer ganz schön finde, ist auch gerade, ich hatte in den letzten Monaten viele Gegebenheiten, wo ich viel unterwegs war und nicht so viel Make-up mitnehmen konnte, weil ich teilweise im Flugzeug war und keinen Koffer hatte zum Abgeben. Also musste ich mein Make-up-Kit so weit reduzieren, dass ich wirklich nur das Nötigste mit dabei hatte. Und da hat sich für mich herauskristallisiert, dass diese 2 in 1 Produkte immer sehr, sehr gut funktionieren. Deswegen auch heute einen Lippenstift als Blush. Ich finde, A, das sieht einmal sehr, sehr schön aus und ihr spart euch einfach eine Menge Geld. Creme Blushes sind vom Preis her deutlich teurer als Lippenstifter. Ich nehme jetzt hier den Rival de Loup Lippenstift in der Farbe 21. Das ist der Hyaluron Lipstick. Der ist nicht matt, ist also dafür perfekt, um so ein bisschen Farbe ins Gesicht zu geben. Und ich habe ihn auch auf meine Hand gegeben, wo ich so ein bisschen Foundation habe. Einfach hier mit reingeblendet, in den Bronzer mit rein, um die Nase, auf die Stirn und gebe es so ein bisschen grob rüber. Ich finde, das Schöne an diesem 5-Minuten-Make-up ist, dass es sehr, sehr schnell funktioniert. Schaut mal, ich rede sehr viel und wir sind bei der Aufnahme erst bei 8 Minuten. Dann kriegt ihr das in 2 Minuten hin. Ich werde oft gefragt, Maxim, wie lange brauchst du für dein Make-up? Für mein komplettes Full-Full-Face-Make-up, Full-Coverage, brauche ich 7 Minuten. Maximal 7 Minuten. Ich weiß, ich mache das aber auch jeden Tag und ich mache das auch beruflich. Deswegen bin ich da wahrscheinlich ein bisschen flinker. Es geht schnell. Beim Concealer würde ich, wenn ihr sagt, okay, ihr braucht keinen Concealer, lasst ihn weg. Ich brauche Concealer. Deswegen nehme ich jetzt einmal schnell einen, der auch nicht aus der Drogerie ist. Das ist der Natasha Denona Concealer. Es ist für mich, ich muss es sagen, der beste Concealer auf dem Markt. Ich habe gesehen, Make-up bei Mario bringt einen neuen raus. Und Make-up bei Mario kommt auch nach Deutschland, ihr süßen Mäuser. Vielleicht habt ihr darauf Lust. Der macht sehr, sehr, sehr gute Produkte. Den Concealer lassen wir kurz ein bisschen antrocknen und dann verblende ich ihn. Wie gesagt, den müsst ihr nicht mitmachen, aber wenn ihr wollt, dann geht das schnell. Ein kleines Problem taucht da auf. Ich lasse meinen Concealer gerne mindestens 5 Minuten antrocknen. Funktioniert natürlich heute nicht. Deswegen müssen wir damit spielen, was wir haben. Eine Sache, die ich euch direkt mit auf den Geheg geben möchte, ist, ich habe viele Nachrichten bekommen zu meinem Fixing Spray, dass das das liebste Produkt von euch ist. Ihr könnt das entweder nach dem Puder auftragen und das Make-up versiegeln oder jetzt schon auf die noch feuchten Produkte, damit das alles noch ein bisschen frischer wird und noch länger hält, weil wir nicht so viel Zeit haben. Entweder ihr nehmt einen Föhn oder so einen kleinen Ventilator. Dann gehe ich nochmal mit dem Schwamm einmal rüber. Blende alles richtig schön zusammen. Die Creases raus. Und im Prinzip bräuchte ich jetzt keinen Puder, weil das Spray halt diese filmbildende Eigenschaft hat und dann sehr, sehr gut hält. Es ist aber sehr glowy, deswegen fixieren wir das Ganze. Was sich für mich wirklich am effizientesten entwickelt hat, ist ein Compact Powder zu benutzen im Alltag und ganz, ganz wichtig, ich habe es neulich in dem Video schon mal gesagt, nicht mit einem Puderpinsel, mit so einem fluffigen, großen Pinsel, sondern mit so einem etwas fester gebundenen Pinsel. Dadurch könnt ihr einfach das Produkt viel langanhaltender in euer Make-up pressen und das Make-up langanhaltend fixieren. Und durch das Einarbeiten mit dem Schwamm und dem Pinsel erzeugt ihr halt wie so eine künstliche Haut-Textur, die ohne Streifen ist. Und wenn ihr aber so einen großen fluffigen Pinsel nehmt, dann kann es sein, dass ihr wieder so Streifen mit reinmacht. Schaut euch mal an, wie schnell und einfach die Grundierung gemacht ist. Wir machen jetzt ein kleines, schnelles Augen-Make-up. Mein absolutes liebstes Augen-Make-up für den Alltag, weil es einfach so super, super einfach ist. Dafür nehme ich meine Lidschattenpalette. Die gibt es übrigens auch online immer noch. Und ich muss es nochmal sagen, weil ich habe gestern eine Umfrage gemacht und da wurde ich gefragt, kannst du ein Statement zu der Palette geben? Und da dachte ich mir so, was ist denn für ein Statement? Ich habe ja probiert zu erklären, dass diese beiden Töne oder diese drei Töne in der Mitte, die lilanen, keine Lidschatten sind, sondern die Grundlage für den Schimmerton. Also wenn ihr denkt, der hat ja gar kein Pigment. Er hat in Kombination Pigment. Das war beabsichtigt. Okay. Ich nehme einfach den unteren braunen Lidschattenton hier und gebe mir den in die Lidfalte mit dem sehr, 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 sehr großen Pinsel und blende das so ein bisschen hier aus, weil ich finde, dass es manchmal völlig ausreicht, so einen warmen Ton. Und, oh nein, oh nein, weil es manchmal reicht, so einen warmen Ton in der Lidfalte zu haben. Jetzt hatte ich gerade so ein bisschen geschmiert, bin aus Versehen in den Schwarz reingekommen. Ist aber überhaupt nicht so schlimm. Und dann nehme ich diesen Schimmerton hier, mische den ein bisschen mit dem Rot im Finger für so ein kleines Highlight. Nur ganz leicht. Ich möchte keinen großen Schimmereffekt haben, sondern einfach nur so einen Hauch. Der Tipp, der gerade so ein bisschen durch die Decke geht bei TikTok ist, nehmt bitte einen Eyeliner als Lip Liner. Ich habe den Rival Love's Me Eyeliner in der Farbe 02 Braun. Einfach nur, um die Lippenkontur so ein bisschen zu definieren. Und ganz, ganz wichtig, denselben Lippenstift wie als Blush. Zum Abschluss die Wimpern kurz curlen oder ihr lasst die Mascara ganz weg. Ist auch immer sehr schön. Und eine braune Mascara. Nur einmal so ein bisschen durch. Ich will nicht den Mascara-Effekt haben, sondern ich möchte einfach nur dieses Pudrige vom Make-up von den Wimpern haben, dass die Wimpern nicht mehr foundationfarben sind, sondern wieder dunkel. Und ich habe ein super schnelles, effizientes und wirklich hübsches 5 Minuten Alltags-Make-up. Und selbstverständlich kann man auch einige dieser Schritte weglassen. Ihr müsst keinen Lippenstift tragen, ihr müsst keine Mascara tragen oder keinen Lidschatten. Aber mit ein paar Produkten jeweils unter 5 Euro, würde ich jetzt mal sagen, haben wir vieles möglich gemacht. Und damit fühlt man sich, wie ich finde, gleich immer so ein bisschen besser, ohne dass man so zugekleistert ist. Ich bin sehr gespannt, welche 5-Minuten-Make-up-Produkte ihr benutzt. Schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch das schönste Wochenende. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.